Okay, noch acht. Oh, hoffentlich schaffe ich das noch. Nein, natürlich nicht, ey. Ai, 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 ai. Na, das kann heiter werden. Wow, und bis jetzt nur eine Medaille. Na, das kann heiter werden. Ich hoffe, dass ich die Fettklöpse besiegen kann. Oder auch nicht. Ach nee, hier muss ich die Münzen sammeln. Ach so. Oh, toll. Oh Gott. Nein. Oh, das war jetzt fies. Oh, mit einer Rakete. Oh Gott. Da wird das garantiert ganz schnell sein. Okay. Links. Dann muss ich danach auf der rechten Seite dann, aber auf der linken. Oh Gott, oh Gott. Na, das kann heiter werden. Das kann heiter werden. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Also, zumindest nicht alles. Ja. Boah. Oh, je, 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 je. Das kann heftig werden. Aber mal gucken. Vielleicht schaffe ich es ja auch. Ja, noch höher, bitte. Scheiße, ich habe den Anfang schon vergessen. Äh, ich glaube, auf der rechten Seite war das aber da. Oh, ich weiß es nicht. Ich probiere einfach aus. Ja. Noch mehr. Okay, das war's. Okay. Jetzt wird's gleich heftig. Ja. Ja. Habe ich schon verkackt. Und ich habe nicht mal die Hälfte geschafft. Super. Nee. Okay. Ich bezwinge vier oder mehr Gegner und du bist raus. Also, keine Gegner killen. So, ganz langsam. Langsam. Okay. Bis jetzt ist das gut. Und wieder Ball, ne? Ja. Der Ball, der liebt mich, glaube ich. Langsame. So. Nein. Scheiße. Oh, ich mag den Ball nicht. Oh mein Gott. Ich muss das richtige Timing haben. Ja, super. Oh, nee. Nee, 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 nee. Das fängt schon super an, ey. So. Okay. Jetzt warte ich aber. So, jetzt. Komm, komm, komm. Oh, la la la. Ich muss vorsichtig sein. Ja, toll. Jetzt habe ich da drauf nicht geachtet. Super. Ei, 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 ei. Ich verzweifle bald. So. Und. Ja, okay. Oh, ich darf jetzt nur noch zwei Gegner. Okay, scheiße. Jetzt muss ich aufpassen. So. Ja, danke. So, ganz vorsichtig. Die Krönung wäre ja jetzt, wenn die schwarzen Viecher hier noch schneller wären. Warum komme ich jetzt nicht da oben hin? Gibt es dafür einen speziellen Grund? Ja, danke. Danke, dass du mich geknutscht hast. So. Aua. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ja. Oh. Aber noch geschafft. Puh. Und ich habe erst zwei Medaillen. Super. Na ja, ich mache das jetzt so. Das ist, glaube ich, auch am besten für euch. Wenn ich jetzt... Moment, das sage ich gleich. Lass die Becken 25 Mal erscheinen. Okay. Und wie hoch sind die diesmal? Ach so, ganz kurz und ganz dicht wie der Nanna. Okay. Und... Ja, und ich habe es geschafft. Sehr gut. Wow. Also, wie gesagt, was ich jetzt sagen wollte. Wenn ich jetzt bis 5.11 das nicht schaffen sollte mit den Medaillen, dann mache ich das auf Screen kurz. Sonst wird es ja zu heftig. Erreiche das hier innerhalb von 90 Sekunden und wir zwingen dabei 10 Gegnern. Super. Das fängt schon gut an. Ja. Ja, das fängt sehr gut an. Danke. Nein, das war aus Versehen die Speed-Taste. Die wollte ich eigentlich nicht aktivieren. Schuldigung. Okay, zwei waren hier nur. Oh, Mann. So. Na komm. Oh, ich muss mich beeilen. Ich habe nur noch so wenig Zeit. Ich hoffe, dass ich das noch schaffe. Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Bitte unten. Bitte unten. Ja, okay. Und natürlich der Ball. Ne, dann schaffe ich das nicht mehr. Ne. Oder doch. Wow. Okay, dann habe ich das hier doch noch Gott sei Dank geschafft. Ja, ist egal. Dann habe ich eben einen Fail. Und wieder. Oh, Geisterflinkheit. Warum muss das immer Geisterflinkheit sein? Ja, 70 Münzen. Das könnte etwas problematisch werden. Nein. Okay. Das war schon mal ein Fail. Das wird so gut. Untertitelung des ZDF, 2020